Sie haben jemanden verloren, ja. Ich denke, dieses Gefühl kennen wir alle. Besonders, wenn er sich selbst dazu entschieden hat, zu gehen. Aber ich glaube, ich habe dafür etwas, dagegen etwas für Sie. Kennen Sie das Buch, eine wie Alaska? Das ist die Geschichte eines Jungen, der auch sich die Frage stellt, warum seine Freundin gegangen ist. Und ich denke, das könnte Ihnen helfen, über diesen Verlust hinwegzukommen.